Die Zahlenkombination Ihres Travelat-Koffers als Werkseinstellung immer 000 hat. Um die Zahlenkombination Ihres Travelat-Koffers zu wechseln, machen Sie bitte folgendes. Öffnen Sie den Koffer. Nehmen Sie einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel einen Kugelschreiber. Drücken Sie mit diesem spitzen Gegenstand auf den silbernen Knopf, bis dieser eingerastet ist. Stellen Sie Ihre gewünschte dreistellige Zahlenkombination ein. Drücken Sie erneut auf den Öffnungskopf. Wenn das silberne Knöpfchen herausgesprungen ist, ist Ihre gewünschte Zahlenkombination eingestellt.